Wie springe ich denn da rein zu dem? Okay. Ja, ja. Ich mache die ganze AMC-Ganäle Solo-Platt. Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Miliz auf dem Planeten Victor. Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten. Shit. Oha. Wo ist denn der Pilot? Sieht aus hier wie Transformers. Wo ist denn der Pilot? Was haben wir denn hier so? Okay, hier haben wir einen Titan, hier haben wir einen Titan. Na? Ich suche aus dem Piloten. Sorry, Moment. Ah, du musst aber auch echt immer vorrennen, ne? Okay, da ist noch ein Titan. Link zieler Fassungsmodul geortet, 428 Meter nordöstlich. Meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wenn Sie gestatten. Ähm. Moment, was? Moment, was? Hier, das wirklich gut. Wind drei Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Ey. Vertrauen Sie mir. Wow. Jo. Ich glaube, ich brauche eine frische Unterhose. Für den nächsten Versorgungsabwurf notiert. So geil, Herr Junge. Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Fliss, out. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Nein. Okay. Verstanden. Sulu 1, Kilo 1 vorrücken. Alpha 2, setzen Sie Soldaten ab. Schnell. Ähm. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wow. So. Uh, was haben wir denn hier? Äh. Ist das eine Anti-Titan-Waffe? Probieren wir es einfach mal. Ähm. Ja. Echt gute Frage. Wie komme ich jetzt da weiter rüber? Ähm. Wow. Okay, Moment. Jo. Ich muss irgendwie da hoch. Boah, ist das schwer jetzt. Nehmen wir mal das lang. Äh. Äh. Ah. Weiter geht's nicht. Okay, das heißt, da ist die richtige Richtung. Wenn's nicht weiter geht, ist es immer richtig. Amc Landungsschiffe nähern sich auf ihrer Position. Wow. Das sieht ja mal aus. Geil aus. Als hätte das wieder hier. Ungetot. Geil aus. Keine. Mit der Laune. Du doct. E federalist! WHAAAT?! So! Get us easy! Stinks do that! WHAAT?! Von hinten?! Okay... Gut, dass sie die gleiche Waffe haben, sonst wär ich nämlich wohl am Popo. Ach, die kann ich hacken! Ich dachte, das kann ich mit allen machen. So! Ähm... Leute? Äh... Auch das noch! Ey, ich will das benutzen! What?! Ey, uncool! Ich will das! Gut, gut! Oh, oh, oh! Oh! Money! Um... Boah! Boah! So! Läuft! Und los! Boah! Bye, bye! Ja, ja! Demais! Und los! Und los! Boah! Und los! Und los! ich weiß ja noch nicht mal wo ich hin muss da ich muss doch eigentlich dahin nein das krieg ich nicht hin wow tschuldigung kran so kommen munition ich hätte vielleicht mal die munition da einsammeln sollen runter und dann dahin genau so wo ist es doch manchmal funktioniert die zweite diese manchmal nicht oder muss ich hier noch einen dritten kran hinpacken wo muss ich nicht also hier komme ich mir jetzt echt vor wie bei mir aus jetzt parkour laufen so kilo 1 4 pilot gesichtet er kommt auf euch zu bitte bestätigen kilo 1 4 hört ihr mich kilo 1 4 an alle einheiten kilo 1 4 antwortet nicht bereit machen für angriff aus dem ziel an sender 4 US-Style 3 5 3 5 1 3 10 10 10 11 10 12 11 13 12 Ähm, Leute? Wir haben da eine Knarre. Huh. Was? Hast du mit mir geredet? Oder warst du das? Ich sagte doch, ich räume euch alle weg. Loh. Boah. Äh, ja, ja. Sulu-1-6. Das Team am Eingang von Sender 4 wurde aufgeregt. Könnte sein, dass der Pilot von dort hinten will. Sulu-1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein. Konzentriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Tätten. Geil. Die gehören jetzt zu mir. Die hole ich mir auch. Cool. Wusste ich ja gar nicht. Und ich knall die die ganze Zeit ab wie so irre. Ähm, okay, ich muss jetzt an die Schüssel ran. Aber wie? Hör mal. Ein Kran. Ja, also ab da hoch. Ähm. Wuppa. Wupp. 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 Ey. Achso. Scheibe. Scheibe. Scheibe dazwischen. Ich schade. Einige. Scheibe. Die resurte von dawnen. Ich sch salir. Vielen Dank.